So, weiter geht's in der Schattenwelt. Mal gucken, wie die aussieht. Ach, das war meine Häschenwelt, wie ich sie genannt hab. Okay, da muss ich hin. Ähm, heißt, hier geht's runter. Ach, also ungefähr da, wo der erste Dungeon war. Gut. Ja, optionale Gebiete werde ich jetzt noch nicht auf Anhieb gucken. Vielleicht finde ich welche, aber mal sehen. Auf jeden Fall werden wir da unten eine Bombe benutzen. Also, kann ich das schieben? Äh, ziehen? Nee. Also irgendwie werde ich da noch reinkommen. Ach, ähm, Moment. Jetzt bin ich ja mal gespannt. Spiegel? Ah, ha, 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 ha. Ähm. So. Ich wollte das einfach mal testen. So. Zack, zack, zack. Weil er was von Verband gesagt hat. Ich wusste nicht, dass es dann noch geht. Ich wollte das einfach mal testen. Was? Ich dachte, da geht eine Bombe. Ach, komm. Dann eben nicht. Dü, 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 dü. Wow. Und? Geht sterben. Hier lang. Stimmt's? Oh, da steht was. Verlass der Dunkelheit. Ah, gut. Ähm. Nach unten. So. Ähm. Stirbschweinchen. Und du Schweinchen auch. Und hier lang. So. Und hier hoch. Ähm. Geh sterben. Ähm. Ja. Stirb. Ohne Witz. Stirb. Mann, da hält der viel aus. Kann ich einfach daran vorbeigehen die ganze Zeit? Ich würde einfach sagen, dass es ein Labyrinth ist. Ähm. Durch das wir finden müssen. Stirb. Was ist hier? Aha. So. Haben wir unten noch was? Nö. Das sah irgendwie so nach besonderem Bereich aus. Ach. Moment. Kann ich dann auch hier lang? Ne, weil man sieht so ein bisschen da durch. Ach, dass es vielleicht noch woanders hingehen könnte. Was ist das da unten? Das Schatten... Das Schatten-Ding, sag ich schon. Dieses Verlass-Ding. Ähm. Anscheinend komme ich hier nicht weiter. Aber hier komme ich durch. So. Stirb, du... Komisches Vieh. Komisches Vieh. Dachte, da wäre was. Aber hier komme ich wieder durch. Mann, was ein Labyrinth. Und? Nein, hier komme ich nicht weiter. Mann, oh Mann, oh Mann. Komme ich hier lang? Ja, äh. Oder auch nicht. Ach, wohl, doch da. Ach, jetzt sehe ich auch diese Wege erst da so richtig. Ah. Hey, ich bin Kiki, der Affe. Rubine lebe ich hier über alles. Ihihi. Schenkst du mir 10, Rubine? Hier hast du sie. Hihihi, danke schön. Dafür werde ich dich ein Stück begleiten. Ichi, ichi. Äh, was ist, wenn ich den jetzt abgewehrt hätte in Häkchen? Abgewimmelt hätte. Äh. Na, wursch. Stopp. Hihihi, für 100 Rubine öffne ich dir diesen Eingang. Hihihi. Willst du das? Ja, sei so nett. Hihihi, sehr gern. Das macht 100 Rubine. Her damit, hihihi. Achso, man braucht sogar Rubine um den... Achso. So. Damit wären wir im nächsten Dungeon. Und das sieht... ...absolut nicht nett aus. Ähm. Achso. Ähm. Ja. Ich stelle erst mal. Ohne Vieh. Oh, Mann. Zu schade, dass ich volles Leben habe. Warum brauche ich jetzt gerade nicht? Ähm. Okay. Ah. Äh. Link, hörst du mich? Ich bin... Äh. Link, hörst du mich? Ich bin jetzt deine Zelda. Ich bin im Schildkrötenfels. Oben auf dem Todesberg angeschlossen. Ich weiß, dass du dein Bestes gibst. Aber bitte, bitte beeil dich. Ich fang da auf dich ungeduldig. Ja, ich habe erwartet, dass du da hast. Weil da wieder irgendwas will von mir. So, jetzt aber hier durch. Ähm. Ha. Ähm. Ja, das war ziemlich sinnfrei. In den Schock reinzulaufen. Herz. Hm. Aber hier kann ich noch was ausspringen. So. Äh. Ach so. Aha. Wo siehst du die Geg... Äh. Wie töte ich die? Gar nicht? Ich muss die doch irgendwie töten. Ähm. So. Ähm. Kann man den einfrieren? Nee. Ähm. Das heißt, man hat gelitten. Ähm. Zumindest so ziemlich. Ja. Diese Gegner, die sich mit einem bewegen, sind fies. Absolut. Die sind absolut fies. Ohne Witz. Tod. Ei. Jetzt hättest du mir aber auch mal... ...wiederdings geben können. Ne Fee. Ah. Dann komm ich hier wenigstens gleich durch. Hm. Das ist gut. In meinen Augen, zumindest. Das war knapp. Und. Natürlich. Ey. Natürlich schlage ich nochmal gegen den... ...gegen, wenn der Blitz macht. Das war so... ...so dumme Aktion. Naja. Was ist, wenn ich hier runterfalle? Oder auch nicht? Ach komm. Ich mag den nicht. Ey. Ey. Was ist denn das für einer? Ich hab keine Taktik gegen den ohne Schaden. Ohne Witz. Hä? Ach so. Komm, ich bin mit dem anderen auch durch. Ach so. Gut, dann gehen wir erstmal hier weiter. Ist mir egal. Ähm. Das sieht nicht gut aus. Natürlich sieht das nicht gut aus. So. Au. Und hoch. Aber ohne Mist. Diese... ...Fiecher, die genau das gleiche... ...ääh, genau gleich gehen wie einer selbst. Sind fies. So. Da komm ich nicht durch. Durchschieben. Na gut. Ich muss eh durch die Mitte. Wenn ich die Karte habe, guck ich mal, was unten überhaupt ist. Falls ich die überhaupt nicht mal kriege. So. Was? Gegner, die nicht besiegt werden können. Ach komm. Das macht keinen Spaß mit solchen. Ja, die kennen wir schon. Was ist das? Komm ich da rüber? Habe ich mir da irgendwie schon mal sowas gedacht? Wie gesagt. Ey. Geht. Natürlich. Ach so. Genau. Und ich bin tot. Vom runterfallen. Ich dachte, durch runterfallen kriegt man ihn kennt. Ohne Witz. Da geht man davon aus, dass man bei runterfallen keinen Schaden kriegt. Und was kriegt man? Schaden. Das ist fies. Aber ohne Witz kann ich die so töten? Natürlich nicht. Natürlich nicht. Nein. Wäre auch zu fair von dem Game. Egal. Weiter hier. Ohne Mist. Stirb. Hm. Stirb. Stirb. Du auch. Herz. Gegenwerfen. Ohne Witz. Hä? Ich muss jetzt hier erstmal blicken. Wie? Hier weiterkommen. Aha. Gab's noch den rechten? Okay. Ah ja. Der kam ja auch noch nicht weiter. Und der setzt sich zurück. Mhm. Okay. 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 Vielleicht wenn ich da irgendwie richtig gegenwerfen. Ähm. Wie ich diagonal werfen könnte. Hm. Ähm. Ich bin auch so doof. Man kann auch dadurch einfach gehen. Ohne Witz. Aber das wird... Ne. Das wird zu einfach gewesen. Das kann ja jeder. Äh. Die andere Seite mach ich mal lieber nicht. Könnte ja... Seien, dass die Herzen dann weg sind irgendwann. Ähm. Ach so. Moment. Da soll ich für's das ja zurückgesetzt. Ach komm. Jetzt muss ich hier echt gucken. Ah gut. Äh. Bin ich doppelt auf dem Schalter gelatscht? Ähm. Ähm. Okay. Ich muss das beschweren. Okay. Ich hab einfach geguckt, ob ich eine Statue schieben kann und gleichaufhange die richtige. So. Ach, nö. Es muss doch einen Trick geben, die vernünftig zu töten. Also, der ist mir klar. Der Grüne auch. Ah. Ähm, natürlich fliegt's durch seinen Kopf. Natürlich! Nö, ich hab keine Ahnung, wie ich die besiegen soll. Ohne Spaß. Ähm. Ja. Speichern wir weiter, auch wenn ich jetzt sage, hier geht's beim nächsten Mal weiter. Bis dahin, ich bin Kane, Diana Jones. Tschüss. So...